Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Premiere Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr euer Video zuschneiden könnt. In meinem Fall habe ich hier ein klassisches 16 zu 9 Video und ich möchte oben und unten so schwarze Balken reinbekommen oder alternativ mein Video echt zuschneiden, also dass ich wirklich ein anderes Seitenverhältnis bekomme. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich euch mal vorstelle. Möglichkeit 1 ist, schwarze Balken reinzubekommen. Dazu gehe ich hier auf die Effekte und suche mir dann den Zuschneiden-Effekt, ziehe den hier einmal auf mein Video drauf und gehe dann hier in die Effekteinstellungen rein und hier kann ich oben und unten den Prozentwert erhöhen, zum Beispiel hier auf 20% und schon habe ich oben und unten hier entsprechend meine schwarzen Balken drin und bekomme hier natürlich mein sichtbarer Bereich, einen ganz anderen Look, so einen Kinofilm-Look. Ich zeige das mal einmal vorher und dann einmal nachher mit den schwarzen Balken, hat dann schon eine andere Wirkung. Das ist hier aber kein echter Zuschnitt, also ich habe hier wirklich noch mein 16 zu 9 Ausgangsmaterial, bloß dass eben diese schwarzen Balken drüber gelegt wurden. Alternativ, wenn ich hier noch einmal zurückgehe, meinen Zuschneiden-Effekt rausmache, kann ich auch wirklich mein Video hier von 16 zu 9 auf ein anderes Format zuschneiden und das geht hier über das Menü Sequenz, Sequenzeinstellungen und hier sehe ich meine Framegröße. Auch hier entsprechend mein Seitenverhältnis 16 zu 9. Jetzt kann ich hier meine Höhe verändern und entsprechend verändert sich auch mein Seitenverhältnis. Da kann ich dann irgendeinen Wert eingeben, dass ich zum Beispiel auf 21 zu 9 oder so komme, so typische Formate, kann ich natürlich aber auch irgendwas Beliebiges einstellen. Gehe dann einmal auf OK, dann muss ich hier diese Warnmeldung einmal bestätigen und schon sehe ich hier entsprechend mein geändertes Ergebnis. Ich habe hier nicht mehr 16 zu 9, sondern eben so ein echtes Breitformat und so könnte ich jetzt dann eben auch mein Video entsprechend rendern. Ja, das war es. So einfach kann man hier in Premiere sein Video zuschneiden und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss!